Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sims 3 Unterschiede im Stammbaum-Challenge. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir, wir starten heute mal mit einem gemeinsamen Familienfrühstück. Mal schauen, wie gut das klappt. Denn heute ist Nonas erster Arbeitstag und ich glaube, sie muss in drei Stunden... Genau, in drei Stunden startet ihr erster Arbeitstag in der Medizinkarriere. Und deswegen ist Sienna heute schon ganz früh aufgestanden, hat den Abwasch bereits erledigt. Also unser Esstisch sieht schön aus, unsere Tür ist verbackt. Natürlich. Hat von euch auch jemand das Problem, das Türen nicht mehr zu gehen? Hat irgendjemand von euch das Problem auch und hat vielleicht eine Lösung gefunden? Weil ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Das nur am Rande. Ich hoffe... Ah ja, okay, perfekt. Also wir haben noch genau vier Portionen gegrillten Käse. Das ist optimal. Dann rufen wir jetzt mal unseren Haushalt zum Essen. Dich nicht. Dich nicht, Fridolin. Du kannst Katzenfutter essen. Da, schau. Bella isst auch ihr Hundefutter. Gehen wir nicht auf den Keks. Okay, das ist Nina. Was machst du so? Ja, sie isst gegrillten Käse. Okay. So, kommen die anderen beiden auch... Ich wecke jetzt mal Svea auf. Die ist noch nicht ganz ausge... Was? Wegen der schweren Schneefälle am Morgen wurde der heutige Tag zu einem Schneetag erklärt. Deswegen findet heute keine Schule statt. Und die Fahrgemeinschaft für Luna fährt in etwa einer Stunde. Äh, schwere Schneefälle... Oh. Hey. Hallo. Dann können wir mit Schneemännern bauen und sowas. Nice. Ähm, okay. Also die drei haben es schon mal gemeinsam an den Frühstückstisch geschafft. Das finde ich sehr schön. Das finde ich wirklich sehr schön. Äh, Svea... Müsste auch unterwegs sein, aber die kommt wahrscheinlich dann zu spät. Das tut mir ein bisschen Leid. Oh, ich bin so aufgeregt, weil Luna heute ihren ersten Arbeitstag hat. Das wird bestimmt mega cool. Und sie möchte eine Schneeballschlacht veranscheiden. Ah, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie du dich fühlst, wenn du nach Hause kommst. Sie muss jetzt bis 15 Uhr arbeiten. Okay. Na gut. Äh, außerdem möchte ich heute gerne an den Hexenfähigkeiten, an den Zaubereifähigkeiten noch ein bisschen arbeiten. Weil anscheinend gibt es mega coole, ähm, Zauber, die man wirken kann. Und die möchte ich natürlich alle gerne ausprobieren. So, wir haben es tatsächlich geschafft, gemeinsam zu frühstücken. Ich fass es ja nicht. Ich fass es ja nicht. Okay, und in einer Viertelstunde ungefähr sollte die Fahrgemeinschaft für Luna kommen. Wie schön. Wie schön. So, Svea muss... Ah, nee, Svea muss ja heute gar nicht in die Schule. Ja, das ist ja cool. Das ist ja mega cool. Wie sieht es aus hier oben bei den Drehlingen? Uh, die sind ja schon wach. Okay, perfekt. So, dann, Moment. Wer hat jetzt mit wem eine bessere Beziehung? Also, Rosalie ist schon wach und Dahlia ist schon wach. Ha, Rosalie, Nina, du kannst dich um Rosalie kümmern. Hier und Sienna kümmert sich dann um Dahlia. Genau, dann haben wir dich wieder ein bisschen ausgeglichen, hoffentlich. Wobei, Dahlia hat tatsächlich mit Algen eine ziemlich gute Beziehung. Wie ist das denn? Wie habe ich das denn geschafft? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Okay. Oh, schaut mal. Luna hat so ein süßes Outfit. Ich finde, sie sieht so süß aus. Oh, die Spülmaschine ist kaputt. Oh nein. Ja gut, die reparieren wir später. Die reparieren wir später. Die liebe Luna darf jetzt erst mal zu ihrem ersten Arbeitstag aufbrechen. Ich muss kurz ein Erinnerungsbild machen. Leider hat sie jetzt nicht ihre Uniform an, aber okay. Was soll's? Was soll's? Aber sieht sie nicht super süß aus? Ich finde... Ah, okay. Sie sieht ein bisschen... Ich weiß nicht. Als hätte sie irgendwelche Substanzen gefrühstückt, sieht sie gerade aus. Aber okay. Svea, was machen wir mit dir? Ah, du kannst dich eigentlich selber beschäftigen. So, ich gucke mal hier rauf. Wunderbar. Was müssen wir dann den Kids jetzt noch beibringen? Also, Rosalie müsste eigentlich... Ich weiß gar nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Ah, oh, die muss noch sprechen lernen. Ja, dann, Nina, kannst du das gleich... Ach nee, stopp. Stopp, stopp. Erst braucht sie, glaube ich, Frühstück. Ja. Habe ich schon wieder fast was Wichtiges vergessen. Gib ihr erst mal was zu essen. Aber bitte auf diesem Stockwerk und nicht... Auf diesem Stockwerk, habe ich gesagt. Ihr macht mich alle wahnsinnig. Okay, Dahlia braucht wahrscheinlich... Genau, Dahlia braucht auch was. Dann kannst du die hier absetzen. Warum versuchen sie immer ins Erdgeschoss zu gehen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, jetzt auf Boden füttern. Dankeschön. Hier auch. Wie lange habe ich noch? Bis sie... Noch zwei Tage. Okay, ich will, dass sie endlich größer werden. Ich kann nicht mehr meine Nerven. Kind Nummer drei müsste auch bald aufwachen. Ah, okay, dann kannst du hier jetzt erst mal Pipipause machen. Gut, gut, gut. Müssen wir hier was ausleeren? Nee, eigentlich nicht. Können... Wer von den Kindern kann hier das schon selber benutzen? Also Rosalie kann das schon selber benutzen. Dahlia aber nicht. Und bei Margareta werden wir das gleich noch rausfinden. Ja, betrachte... Betrachte deine Schönheit erst mal im Spiege... Äh, im Spiegelliebe, Nina. Margareta! Oh, Margareta wacht auf. Perfekt. Äh, mit wem braucht Margareta noch Beziehung? Mit Nina? Auch mit Nina. Hä, Nina? Hast du irgendwie... Warum haben deine Kinder keine Beziehung zu dir? Ich habe mir eigentlich echt Mühe gegeben, dass das ausgeglichen ist. Aber okay. So, ähm... Hä, muss Dahlia gar nichts mehr lernen? Kann Dahlia etwa schon alles außer das Töpfchen zu benutzen? Sieht fast so aus. Was? Ja, nicht schlecht. Ähm, dann setzen wir sie halt aufs Töpfchen. Dann setzen wir sie halt kurz aufs Töpfchen. Süß. Sehr süß. Was? Was stand da gerade? Das Weha hat an einem Ausflugstag die Schule geschwänzt. Heute ist doch Schneetag. Lass mich in Frieden. Was soll das? Heute ist Schneetag. Ich habe gar nicht geschwänzt. Okay, so. Kind Nummer drei wird noch gefüttert. Aber jetzt haben wir es dann bald geschafft, Leute. Jetzt gönnen sie dann bald alles, was sie können, sollten. Hoffentlich, wenn ich nichts übersehen habe. Gut, du wirst auch noch gefüttert. Ähm, und dann... Was machen wir denn dann jetzt? Wie machen wir das? Also Margareta und Dahlia... Ne, Margareta und Rosalie brauchen beide noch mehr Beziehung zu Nina. Ähm, wir fangen jetzt mal mit Rosalie an. Was musst du denn noch lernen, kleine Maus? Hallo. Was musst du noch lernen? Sprechen. Gut, dann geh ihr mal das... Oh, perfekt. Und Dahlia hat das Töpfchen... Äh, aufs Töpfchen gegengelernt. Dann kann Dahlia jetzt quasi alles. Kleines Oberfliegerkind. So, ihr beiden... Bleibt bitte auch in diesem Stockwerk. Wir haben hier genug Platz. Boah, ey, jetzt will sie schon wieder nach unten gehen. Warum hier ist so viel Platz? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Bringt ihr bitte einfach hier das Sprechen bei. Dankeschön. Wunderbar. Okay, Sienna. Ähm... Wohin bist du gerade unterwegs? Oh, schau mal. Svea spielt mit Bella. Das ist so süß. Das ist so süß. Was hat Svea denn nochmal für Merkmale? Also außerhalb böse. Genie, Virtuosin und ehrgeizig. Okay. Ich bin fast dazu geneigt, ihr dann noch das Merkmal Tierfreund zu verpassen, weil sie scheint mega viel Spaß zu haben mit den Tieren. Das finde ich eigentlich echt süß. Das finde ich super süß. Vielleicht wird sie eine böse Katzenlady einfach. Okay, Sienna, weißt du, was wir hier machen könnten? Du könntest ein bisschen mit Magie spielen. Ähm... Wo ist das nochmal? Hier, mit Magie spielen. Oh, Warren Delgado und Eliza Ainsley haben eine Romanzel. Sansa Pachul. So cool. Oh, sie wünscht sich, dass Daria erfolgreich älter wird. Ja, das wünsche ich mir auch. Und einen neuen Zauberstab. Den können wir ja eigentlich auch kaufen. Ah, ich habe immer noch nicht diesen Hidden Skills Mod installiert. Mist. Das finde ich echt ein bisschen blöd, dass man nirgendwo angezeigt bekommt, wie gut man die Magiefähigkeit beherrscht. Das finde ich ein bisschen schade. Ah ja, genau. Wie läuft es denn bei Luna eigentlich? Läuft eigentlich ganz gut. Du könntest mal das medizinische Personal treffen und gucken, was du so für Kollegen hast, weil sie hat noch gar niemanden kennengelernt. Ich glaube, das ist eine gute Idee. So, das Hausmädchen ist auch da. Was macht... Oh, schaut mal, wer sich da um seine kleine Schwester kümmert. Das ist schon sehr süß. Was? Süßigkeiten steht... Excuse me, what? Da brauche ich... Da muss ich mir jetzt kurz einen Platz in der ersten Reihe sichern. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es ja nicht. Du kannst ja nicht die Süßigkeiten von deiner kleinen Schwester klauen. Ach, was war jetzt nochmal der richtige... Ah ja, das war der richtige. Und die richtige Taste. Okay. So. Wie gemein! Wie gemein! Sie hat ihr einfach einen Lolli geklaut. Wie gemein. Unfassbar. Svea, ich hoffe du schämst... Naja, sie schämt sich eh nicht. Sie schämt sich garantiert nicht. Unfassbar. Wirklich unfassbar. Weißt du was? Du kannst jetzt erstmal... Geh erstmal duschen und auf die Toilette. Schaumbad des Bösen nehmen. Ja, bitte nimm ein Schaumbad des Bösen. Ich glaube es ja nicht. Aber ein bisschen schade, dass Dahlia davon jetzt kein Mutlid bekommen hat, oder? Ich meine, ihr wurde gerade ihr Lolli entwendet. Aber sie wenigstens weint sie. Wenigstens weint sie. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist hart mit so einer Schwester aufzuwachsen, ne? Arme Maus. So, hier geht's gut voran. Was müssen wir denn machen? Wo ist Margareta? Margareta? Margareta spielt mit dem... Oh, Margareta ist die Puppen. Oh, ich liebe diese Interaktion. Das sieht so witzig aus, wie sie einfach die Puppen mampfen. Ähm, schon wieder vergessen. Da, eh. Kann mir das einfach nicht merken. Om nom 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 nom. Lecker. Das ist so witzig. Aber ich wollte gucken, was wir ihr noch beibringen müssen. Sie muss... Ah, genau. Sie muss auch noch sprechen fertig lernen. Alles klar. Alles klar. Wie läuft die Beziehung? Sehr gut. Die sind jetzt schon gute Freunde. Nina und Rosalie. Das ist super. Ähm, wann wird eigentlich das Weha älter? Ich glaube. In zwei Tagen, genau. Dann am, äh, Donnerstag. Alles klar. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann können wir noch, ähm... Ich glaube, die Kiddies altern ja auch am Donnerstag. Das heißt, da haben wir dann wieder... Da haben wir einen Vierfachgeburtstag. Oh mein Gott. Okay. Ähm, dann können wir vorher noch einen kleinen Jungen adoptieren. Und dann, ähm, werden wir wahrscheinlich mit Svea, ähm, andere Pläne verfolgen. Ich bin ein bisschen traurig darüber. Ich bin ein bisschen traurig darüber. Luna Lothario hat Samantha... Samantha Nguyen auf der Arbeit kennengelernt. Hast du schon jemand anders auch kennengelernt? Ne, das ist ihre erste Arbeitskollegin. Oh, die sieht ja fancy aus. Und sie ist Ärztin im Praktikum. Alles klar. Und sie möchte ein Glückszauber auf Nina Lothario wirken. Das können wir machen. Äh, apropos... Oh, was ist das? Weiterbildung für Luna Lothario. Dein Chef ist der Meinung, du könntest deine Karriere mit ein bisschen Bildung weiter ankurbeln. Das ist immer gut, wenn man Arzt werden möchte. Er empfiehlt dir wärmstens die Lektüre von Leben retten. Einem Buch zum Thema Organspende. Befasst du dich mit diesem Buch, rück deine nächste Beförderung ein Stückchen näher und dein Chef wird dir wohl gesonnen sein. Alles klärchen. Das machen wir auf jeden Fall. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, was wollte ich gerade? Genau, apropos, weiß ich nicht mehr, wo wir gerade stehen geblieben waren. Aber ich wollte gucken, was Sienna macht. Sie trainiert. Okay. Ich wollte aber eigentlich gerne, dass du noch ein bisschen rumzauberst. Ähm, Verzauberung wirken, Glückszauber. Komm, wirkt doch mal ein Glückszauber. Wirkt sie den jetzt auf sich selber? Oh, Sienna hat durch das Erlernen der Zauber Feuerexplosionen und Eisexplosionen ihre magischen Fähigkeiten verbessert. Doch sei vorsichtig im Umgang mit den Elementen, da sie starke Auswirkungen auf Sims und sogar leblose Objekte haben können. Auf leblose Objekte? Heißt es... Äh... Wie auf leblose Objekte? Was für leblose Objekte? Die machen im Fernsehen aus. Keine Ahnung. Ähm, also wir können jetzt... Ne, warte, Glückszauber. Mit Magie spielen. Muss ich jetzt... Oh, ich kann jetzt schlecht hier das Hausmädchen anzünden, oder? Aber ich würde es so gerne ausprobieren. Was meinst du, Äh, Ella White? Ne, ne, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Wo ist Svea? Sollen wir es bei Svea probieren? Ne, das ist eigentlich auch unfair. Wir können jetzt nicht unsere Tochter einfrieren. Oder außer als Bestrafung, weil sie ihrer kleinen Schwester den Lolli geklaut hat. Ne, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Dann spiel noch ein bisschen mit Magie. Ah, vielleicht lernen wir dann noch irgendwas Cooles. Oder wir könnten... Moment, wir könnten Glückszauber auf Svea anwenden. Vielleicht ist sie da nicht mehr so frustriert und beklaut kleine Kinder. Zauberwirken, Eisexplosion, Feuerexplosion. Zauberung, Wirken, Glückszauber. Das probieren wir jetzt mal aus. Das probieren wir jetzt mal aus. Nicht, dass sie es verdient hätte, aber ich kann sie ja nicht anzünden. Kann ich meine eigene Tochter anzünden? Das ist... Ist nie konform mit meinen Moralvorstellungen. Oh, ein Hundegartenzwerg ist aufgetaucht. Was machst du denn hier? Ich stelle dich mal raus, ja. Moment, wieso kann ich jetzt nicht mehr... Einen kleinen Moment. Äh. Nein, ich kann ihn nicht. So, jetzt. Ne. So, ich tue ihn jetzt erstmal ins Inventar und dann stellen wir ihn hier raus auf die Terrasse. Muss jetzt nicht in meinem Wohnzimmer rumstehen. Tut mir leid, du bist da ein bisschen im Weg. So. Jetzt wirken wir erstmal ein Glückszauber. Oh, sie sieht aus, als hätte sie keinen Bock. Schaut mal. Hat da etwa jemand Angst? Hat da etwa jemand Angst, ja? Moment, ich muss hier kurz den richtigen Winkel kriegen. Schaut euch dieses angsterfüllte, dieses panikerfüllte Gesicht an. Aha, der Zauber ist mir gerade im Weg hier. Verdammt. Naja, egal. Bäh, Wände. Oh, jetzt freut sie sich doch. Okay, haben wir jetzt ein Moodlet bekommen? Ja, hier, ach. Da kriegt man dann das Glücklich-Moodlet. Das ist ja cool. Das finde ich ja mal mega. Ah ja, genau. Mach übrigens mal deine Hausaufgabenswert. Irgendwie macht sie nicht ihre Hausaufgaben, hab ich den Eindruck. Ähm, und Sienna spielt noch ein bisschen, ähm, mit Magie, um deine magischen Fähigkeiten ein bisschen zu erhöhen. Ich würde ja so gerne die neuen, ähm, Verzauberungen ausprobieren, die wir gelernt haben. Aber ich kann nicht einfach Leute anzünden oder einfrieren, so. Das geht halt nicht. Ha, schade. Luna Notario kennt jetzt alle ihre Kollegen. Wen hast du denn kennengelernt? Alia Sickfield und Samantha, genau. Und wer ist dein Chef? Alvin Thomas, alles klar. Na gut, dann haben sie jetzt... Ah, sie kommt eh gleich nach Hause. Oh, und Rosalie hat das Sprechen gelernt. Wunderbar. Oh, und mal... Oh nein, Margareta hat ihr in die Hose gemacht. Mist, Mist, Mist. Mist, 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 Mist. Okay, äh, Nina muss eh erstmal kurz pinkeln. Wo ist Margareta denn? Oh, sie sitzt in der Steckbox. Alles klar. Alles klar, dann nehmen sie doch mal hoch und dann werden wir sie kurz wickeln. Und ich glaube, Margareta, mit Margareta müssen wir ihr noch ein bisschen, ähm, wischen üben. Ja, ist alles gut. Wir wickeln dich jetzt, okay, und dann fühlst du dich wieder sauber und gut. Gut, Luna hat 131 Simulionsverdienung und kommt jetzt nach Hause. Genau, wunderbar. Und dann müssen wir gleich dieses Medizinbuch lesen, dann kann ich es nämlich nicht vergessen. So. Sehr schön, sehr schön. Ähm, genau. Genau, ansonsten den anderen geht es eigentlich ganz gut, glaube ich. Rosalie kann jetzt, glaube ich, auch schon aufs... Ne, oder? Rosalie kann noch nicht aufs Töpfchen gehen? Doch, kann sie. Passt. Fehlt nur noch Margareta, aber der werden wir jetzt erstmal das Sprechen beibringen. Setz dich doch mal da hin. Und dann erledigen wir das auch gleich. So, wie sieht es jetzt mit den Beziehungen aus? Ja, okay, ist eigentlich nicht schlecht. Ist eigentlich nicht schlecht. Oh, die ist ja schon fast... Die hat das ja schon fast gelernt. Das ist ja super. Hey, und Svea hat die Klavierfähigkeit gelernt. Wie cool. Wie cool. Hau in die Klaviertasten, um ihnen berauschende Klänge zu entlocken. Begib dich zu Veranstaltungen, um sie mit Musik zu bereichern. Svea wird die Leute garantiert zum Tanzen bringen. Und sie beginnt mit einem Klavierfähigkeiten-Level von 1, da sie als Kind bereits fleißig Xylophon gespielt hat. Ja, cool. Cool, das muss ich gleich festhalten hier. Das ist ja toll. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich, Svea. Okay. Oh, Kinder, die bereits früh mit dem Musizieren beginnen, entwickeln sich häufig zu Waren. Svea musiziert hier gerade? Ah, es ist Rosalie. Okay, Rosalie spielt Xylophon. Wie schön, wie schön. Es läuft alles wie am Schnürchen. Wenn ich mich richtig entsinne, dann muss jetzt noch Margareta hier das Sprechen lernen. Dann müssen wir ihr noch kurz beibringen, aufs Töpfen zu gehen. Und dann, ja, dann sind wir fertig. Aber sie muss gerade nicht aufs Klo. Ähm, blöd. Und das war jetzt gerade auch irgendwie zu kurz, um die Beziehung jetzt wahnsinnig zu verbessern. Deswegen machen wir jetzt hier noch ein bisschen was. Machen einfach mal alles, was wir hier zur Auswahl haben. Plaudern können wir ja jetzt auch. Ähm, mit Kralle angreifen. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Was macht denn Sienna? Jagen. Sienna, warum hast du so ein hässliches Outfit an? Sienna? Sienna, wo bist du? Ach, die kommt gerade die Treppe runter. Was sind das denn für fürchterliche Handschuhe? Naja, wenigstens passen sie zu dem Oberteil hier. Oh Gott. Sieht ja schrecklich aus. Du brauchst dringend ein Makeover. So, Luna ist auch wieder da. Wie war dein erster Arbeitstag? Ich glaube, es war ganz schön. Ich glaube, es war ganz schön. Was hältst du davon, wenn du jetzt erstmal mit deinem Boyfriend telefonierst? Ähm, wo ist er denn hier? Der Joe. Der Joseph. Kannst ihm erzählen, wie dein erster Arbeitstag war. Ah, und ich bin aktuell am überlegen. Ich wollte ja eigentlich so gern die Hochzeit von diesen beiden feiern. Aber wir haben leider nur noch Kapazitäten für einen weiteren Zimmer im Haushalt. Außer, ich stelle das mit dem Master Controller ein, dass man mehr haben kann. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, was ich tun möchte. Ich bin mir nicht ganz sicher. Können wir ja mal in die Kommentare schreiben. Aber eigentlich wäre es schon schön, oder? Wenn wir die Hochzeit von den beiden noch feiern könnten, jetzt zum Ende der ersten Generation. Und dann wechseln wir ja eh in die zweite mit Svea. Und dann lassen wir die anderen wahrscheinlich alle hier zurück. Ich werde sie vermissen. Ich werde sie sehr vermissen. Naja. So, ist eure Beziehung besser geworden? Hä, ganz minimal nur. Das ist ja blöd. Das ist ja mega blöd. Ich dachte, das macht mehr. Svea hat für die Fähigkeit Klavier Level 2 erreicht. Hast du eigentlich deine Hausaufgaben gemacht? Oh ja, hat sie tatsächlich. Okay, dann sage ich schon nichts mehr. Dann sage ich schon nichts mehr. Luna ist immer noch am Telefonieren. Oh, das ist so süß. Das ist so süß. Wisst ihr was? Eigentlich finde ich, wir sollten ihn einziehen lassen und heiraten. Und dann lade ich mir halt den Portrait Panel noch runter und dann kriegen wir das schon hin mit mehr als 18 zum Haushalt. Und dann ziehen wir eh bald mit Svea um. Von daher ist es auch kein großes Problem. Aber ich möchte jetzt, dass er bei uns einzieht. Klar, ich komme gleich mal rüber. Perfekt. Dann haben wir noch Zeit, kurz pinkeln zu gehen. So, Nina ist am Zocken. Oh, oh, Nina. Weißt du, was mir gerade einfällt? Was wir heute schon vergessen haben? Uns um den Garten zu kümmern. Mach das mal bitte. Danke. Ah ja, genau. Und Sienna, du auch. Du müsstest dich mal kurz um deinen Zauberturm kümmern. Viel Spaß. Svea spielt immer noch Klavier. Vielleicht solltest du aber mal eine Pause einlegen. Sonst machst du dir noch in die Hose. Genau, den Kiddies geht es einigermaßen gut. So, und warum hatte Luna das da jetzt zweimal stehen? Man weiß es nicht. Müssen wir eigentlich Rechnung bezahlen eigentlich? Oh ja, 1492 Simonians. Dann machen wir das nochmal ganz kurz. Und Joe müsste hoffentlich gleich auftauchen. Ja! Oh, mein Lieber. Du bist aber jetzt nicht dem Wetter angemessen angezogen, oder? Also, ehrlich mal. Ehrlich mal. Ei, ei, ei. Ähm. Ähm. Frag ihn doch mal, wie sein Tag war. Und ich finde, wir können einen Glückszauber auf ihn wirken. Dann können wir gleich unsere Fähigkeiten ein bisschen verbessern. Oh, wir müssen auch noch dieses Buch lesen. Hm. Hä? Morgen ist Schneeflockentag? Nee, morgen ist nicht Schneeflockentag. Es gibt keinen Schneeflockentag. Der wird jetzt gleich mal rausgelöscht. Äh, Feiertage. Ähm. Winter. So. Äh, Tag 0. Wiedersehen, Schneeflockentag. Niemand braucht dich. Gut. So, jetzt wird er erst mal verzaubert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist er von ihr verzaubert dann? Ahaha. Wie viel Angst sie immer haben. Als hätte Luna ihm vorher nicht gesagt, was sie jetzt gleich macht. So. Ähm. Jetzt möchte ich gerne, dass du bei mir einziehst, mein lieber Freund. Ähm. Hier maunt es schon wieder irgendwo eine Katze. Was machen wir denn hier? Ähm. Von Magie schwärm vielleicht? Ich weiß nicht, ob ihm das, ob ihm das gefällt, aber wir werden es gleich rausfinden. Aber ich fände das mega schön. Ich, nee. Wisst ihr was? Wir, wir feiern auf jeden Fall, auf jeden Fall noch diese Hochzeit. Habe ich jetzt gerade beschlossen. Okay, perfekt. Er hält uns für sozial. Das heißt, wir können jetzt ihn bitten einzuziehen. Yes. Yes, 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 yes. Wunderbar. Und dann, ähm, musst du dir aber ganz dringend etwas anderes anziehen, lieber Joseph, weil du bist wirklich ein bisschen zu kalt angezogen. Das geht nie so. Das geht nie so. Ja, wunderbar. Wer wohnt denn bei ihm noch? James Doe, Rachel Doe, Jennifer Doe, John Doe und Jane Doe. Holy moly, das sind viele Does. Das sind sehr viele. Äh, was? Wieso kann ich das jetzt nicht annehmen? Ah, habe ich jetzt schon zu viele Leute, oder was? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich bin verwirrt. Wo ist das Problem? Zu viele Zimts für einen Haushalt? Okay, Moment, 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 Moment. Ich habe das, ich weiß theoretisch, wie das geht, natürlich. Ich habe aber noch nie das Bedürfnis gehabt, tatsächlich mehr als acht Zimts in einem Haushalt zu haben. Deswegen ist das jetzt alles mal ein bisschen experimentell. Ähm, boah, bei welchen Einstellungen war das denn nochmal bei Haushalt? Ähm, wo kann ich das nochmal? Wo kann ich das nochmal einstellen? Irgendwann müssen wir es hinzufügen, müssen wir es rauswerfen? Nee, das ist es auf jeden Fall nicht. Ist es dann bei Stadtreibstellung? Nee, da waren nur die anderen Sachen. Oder? Genau. Ah, ich muss da jetzt, glaube ich, nochmal mein eigenes Video einfach anschauen. Ähm, boah, wie ging das nochmal? Okay, wisst ihr was? Wir vertagen das jetzt mal, das mit dem Einziehen lassen. Ich muss erst nochmal googeln und mir den Portrait Panel mal drunterladen, damit wir dann hier auch alle Porträts an der Seite haben. Ähm, ja, schade Schokolade. Sehr, sehr schade. Aber ich verstehe es nicht ganz, warum, weil wir sind ja nur sieben. Wir sind ja nur sieben und drei Tiere. Also eigentlich dachte ich, das sollte noch passen, aber anscheinend nicht. Na gut, dann könnt ihr jetzt noch ein bisschen hier Zeit verbringen. Ach nee, wisst ihr was? Wir machen jetzt noch ein schönes Abendessen. Ähm, was haben wir denn noch? Ah ja, wir haben noch Mac and Cheese. Hier, dann ruf doch mal alle. Nee, Moment. Ähm, wir rufen jetzt mal zum Essen. Joseph, Luna, Nina, Sienna und Svea. Genau, wir rufen die alle zum Essen. Dann können wir ein gemeinsames Abendessen begehen. Das ist auch schön. Oh, Fridolin ist gerade im Katzenklo. Hä, das sind doch nur fünf. Warum sind das nur fünf? Hä? Keine Ahnung. Okay, wie auch immer. Sind die anderen im Garten schon fertig? Nein. Sind sie noch nicht. Ach, er ist schon wieder in seinem Sportoutfit hier. Ah, Joseph. Kannst du dir nicht mal was Anständiges anziehen? Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Na gut, dann darf Luna auf jeden Fall den Abend noch mit ihrem Joseph verbringen. Ich glaube, ich werde ihn dann noch fragen, ob er einfach über Nacht bleiben möchte. Schwebt die Schüssel in der Luft? Das sah gerade so aus. Und dann lesen wir dieses Medizinbuch einfach morgen, würde ich mal sagen, oder? Perfekt, er ist auch fertig mit Essen. Dann können wir ihn jetzt fragen, ob er über Nacht bleiben möchte. Hier, möchtest du über Nacht bleiben? Hoffentlich legt er sich dann auch ins richtige Bett. Wir haben ja hier öfter mal das Problem, dass jemand sich ins Falsche legt. Ja, wunderbar. Sieht ganz so aus, als würden Luna und Joseph miteinander anbinden. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich darauf, bei dir zu übernachten. Das wird toll. Ja, das hoffe ich. Und mir fällt gerade auf, ich habe die Kinder hier oben vergessen. Was ist denn los mit euch? Oh. Okay, aber ich glaube, Svea hat gerade nichts zu tun. Dann können wir erst mal Margarete aufs Töpfchen... Oh, müssen wir erst auslernen. Natürlich müssen wir das erst auslernen. Dann bringen wir ihr bei, aufs Töpfchen zu gehen. Und dann schauen wir mal, wie lange die anderen noch brauchen. Ach, die sind fertig. Aber die sind jetzt noch beim Abendessen. Okay. Seid ihr wirklich schon fertig im Gewächshaus? Äh, was ist das denn hier? Du hast die nicht... Ach, die sind unfruchtbar. Ups. Okay. Hm, das machen wir morgen. Wir pflanzen morgen ein paar neue Sachen an. Da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, mich da drum zu kümmern. Wir kümmern uns jetzt erst mal um die Drillinge. Oh, und bald sind sie endlich Kinder. Ich freue mich schon sehr darauf. Sienna, was machst du hier? Ach, die geht auf die Toilette. Alles klar. Und dann geht sie abends. Passt. So. Du kümmerst dich um deine kleine Schwester, liebes Weha, ohne ihr irgendwas zu stehlen. Weil das macht man nicht. Das ist nicht okay. Ja, geht durchs Klavier. Natürlich, geh einfach durch das Klavier. Einfach mittendurch. Oh, das wird noch... Hm, das kriegen wir noch nicht heute fertig. Das mit der Töpfchenfähigkeit. Oh je. Dann werde ich vielleicht ein bisschen vernachlässigt, kleine Margareta. Das tut mir leid. So, dann kannst du ihr noch gleich was zu essen geben. Gut. Und wer braucht jetzt noch was? Also, Rosalie muss gewickelt werden. Und Dahlia geht es eigentlich ganz gut. Ist Nina schon fertig? Ah, Nina macht gerade das Katzenfuh sauber. Dann, warte, wen müssen wir entwickeln? Rosalie. Dann machen wir das mal kurz noch. Und dann können wir die eigentlich gleich ins Bett bringen. Oh, und der Rest müsste aber eigentlich auch ins Bett gehen. Der Rest müsste auch langsam ins Bett gehen. Was machst du denn hier? Ach, er geht schon schlafen. Okay. Aber wenigstens hat er das richtige Bett gefunden. Da bin ich schon sehr dankbar drüber. Ja, dann, weißt du was, Luna? Luna, was machst du denn? Nee, du baust jetzt kein Iglo. Komm, jetzt geh pennen. Du musst jetzt kein Iglo bauen. So, und Nina ist auch da und bringt Dahlia ins Bett. Das ist sehr gut. Dann haben wir ja die Kiddies jetzt auch gleich alle unter Dach und Fach. Okay, sie kommt gerade nicht ans Bett ran. Dann leg sie halt in das Bett. Ist mir auch egal. So, und dann kannst du hier dich um deine eigenen Bedürfnisse kümmern. Aber vielen Dank für deine Hilfe. Okay, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch Margarita ins Bett bringen. Genau, wunderbar. Warum ist hier eine Pfütze schon wieder auf dem Boden? Das sieht voll eklig aus. Ach, okay, das übernimmt Sienna. Das ist natürlich auch okay. Das ist natürlich auch ganz okay. Ein weiterer Tag. Ein weiterer Tag haben wir erfolgreich rumgebracht. Oh, eine Sache möchte ich noch gerne machen. Oh, warum ist es schon fast 1 Uhr morgens? Holy moly. Und zwar möchte ich einen neuen Zauberstab für Sienna kaufen. Ich glaube, der ist hier in der Kategorie bei Verschiedenes. Vielleicht auch nicht. Vielleicht bei Hobbys und Fähigkeiten. Wo finde ich denn die Zauberstäbe? Ach doch, nee, die sind schon hier. Oh, okay. Ich filter mal ganz kurz nach Supernatural. Wow, wie viele unterschiedliche Zauberstäbe hier sind. Zauberstab Klassisch, Zauberstab Azur, Zauberstab Purpur, Zauberstab Silber, Elfenbein, Grünend, Elegant, Kristall. Ich finde den hier cool. Den hier möchte ich, glaube ich. Ich lege den jetzt mal hier auf den Boden und dann müssten wir den eigentlich einfach ins Inventar packen können, oder? Mach das mal. Und dann müssen wir den aber auch fast noch kurz ausprobieren. Aber ich finde, der sieht mega nice aus. So, jetzt probiere den nochmal ganz kurz. Dann darfst du ins Bett gehen. Ganz fest versprochen. Hier, spiel noch ein bisschen mit Magie und zeig mir deinen neuen Zauberstab. Oh ja, perfekt, cool. Sehr, sehr cool. Na gut, dann darfst du danach ins Bett gehen. Sind die anderen alle brav im Bett eigentlich? Also Nina jedenfalls noch nicht. Was macht Nina? Nein, du trinkst jetzt kein Latte Macchiato. Ich glaube, es hakt. Du gehst jetzt sofort ins Bett. Du gehst jetzt sofort ins Bett, junge Dame. Ich fühle mich hier echt gerade in die Mutterrolle gedrängt, muss ich sagen. Gut, Sienna darf noch ein bisschen weiterspielen. Svea geht ins Bett, Luna und Joe schlafen beide schon. Gut, alles klar. Und die Kiddies? Oh, Rosalie. Oh nein, Rosalie. Windelausschlag. Oh Gott, okay. Komm mal bitte hier rüber, liebe Sienna. Und bade die kurz. Wir können die ja jetzt nicht so die Nacht verbringen lassen, das Arme. Mein Kind, oh Gott. Och, arme kleine Maus. Du arme kleine Maus. Komm, wir kümmern uns um deinen Windelausschlag. Das tut mir jetzt leid, aber das habe ich überhaupt nicht bemerkt. Oh Gott. Stinkend und mit Windelausschlag. Wie schrecklich. Aber gleich, du wirst jetzt erstmal nicht schön gebadet. Dann kriegst du noch Babypuder und dann fühlst du dich wie neu geboren. Versprochen. Oder? Oder geht der Windelausschlag? Oh, der Windelausschlag geht nicht weg durch Baden. Der geht einfach nur durch Zeit weg. Oh, das tut mir so leid. Okay. Naja. Aber morgen früh geht es dir bestimmt wieder gut. Das war es jetzt erstmal für heute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Spaß hattet, wie immer, könnt ihr mich unterstützen mit einem Daumen nach oben und einem Abo, wenn ihr noch kein Star gelassen habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns ganz bald in einer neuen Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Wie einmal. T Ihr. Wieään. Ich wünsche dir an... Wie will das...